Was war das? Was war das? Was war das? Ich werd's dir vorlesen, es war BoneBetBlueprint. Also wir kriegen, ähm, die Blueprint für ein Knochenbett. Also ein Sarg. Ich weiß, es klingt sehr unspektakulär, ist es auch. Das ist alles? Ja. Ich dachte, du hättest so superkräftige Dings gefunden, aber nein. Es ist so ein Bett. Aber okay, du wolltest es unbedingt haben. Aber dann gehört das nächste dann wieder mir, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm her, du fettes Teil. Oh ja, das hör ich auch öfter. Alter, ganz mal auf, äh, da mit. Du ekelhafter Junge. Ey, ey, ist das dein Ernst? Die wollte ich mir grad... Huuuuh! Ah! Sprich das genau in die Lücke rein. Tja, wunden! Komm runter! Nein! Meiner. Und wie er da durchspringt. Ich surfe hier auf den Teilen. Äh... Guck, wie lange ich brauche. Cool, das ist sehr cool, wie weiter geht's. Hier unten war man, ne? Ja. Oh, da war Diamant. Ja, das war da, wo ich abgebaut hatte. Achso, dann gehört's auch dir. Ähm... Helft mir! Huuuuh! Ohoho, voll die Kombo. Äh, jetzt sollte irgendwas hinbauen, sagst du? Ja, hoch! Ja... Super! Alter! Ich würde unten stehen bleiben, dann kannst du auffangen. Ich hab' keine Hacke mehr. Ich hab' keine Hacke mehr. Ich hab' keine Axt mehr. Ist hier auch verschwunden? Guck, ich hab' doch gesagt, die Sachen, die verschwinden. Nein! Ich verschwinden die hier. Du hörst mir nicht zu. Ja, ich brauch' auch ein paar. Wie alle kriegt. Alle. Dafür kriegst du die Große hier. Wie ich hier ohne, wie ich hier ohne Bandagen rumrennen muss. Krieg die Große. Und macht hier was Schönes raus. Die andere gehört wieder mir. Nix da. Du kannst mit der Spitzhacke nicht abbauen. Natürlich, hab ich doch grad gemacht. Nein, mach! Tschüss! Geht's da noch weiter, ne? Oder? Wo gucken! Rambo! Wo gucken! Alter! Was war das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Diamanten! Oh mein Gott! Ah, die waren ja dir. Die waren mir, ja. Komm schon! Oh, ich hab Hunger! Was ist das denn? Was denn? Komm mal hier runter, bitte! Das sieht aus wie... Was geht bei dir? Da ist grad was langgesprungen. Guck mal! Was denn? Kennst du noch Jimmy Neutron? Mal gucken! Heilige Scheiße! Wow! Wow! Das Ding mal treibt voll! Boah, ich hab grad echt Hunger! Hunger? Ja? Mhm! Auf was denn? Nein, ich bin hier im Spiel! So! Muss ich die Blueprint essen? Ja! Was hast du denn? Ach, mit dem Knochenbett! Ja, dieses Bett! Ist nicht so sinnvoll! Sinnvoll! Füllt das eigentlich auch Hunger auf, wenn man schlafen geht? Nee! Nee! Aber wir sollten wieder hoch gehen! Ja, langsam, ne? Nee, schnell! Wir sind ein bisschen tief und ein bisschen... Tief! Und ich hab Hunger! Ach, die tun einem nix! Nö! Burn in hell! Alter, du bist so gnadenlos! Ist so! Richtiger Typ! Richtiger Typ! Richtiger Typ! Richtiger Typ! Da ist wieder so'n... Was ist das denn, Alter? Voll der Mongo! Wupp! Die sind überall Stachmusik! Ich hab Schluck auf! Friss ne Bandage, das ist mal ohne Spaß! Du verreckst mich! Du gehst wieder drauf! Ich muss mich eigentlich verarschen! Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Hö, ich mach's mir einfach und geh wieder hoch aufs Schiff! Indem ich sterbe! Der Soscha kann mir alle Sachen wieder vorbeibringen! Spasti, Alter! Ich geh jetzt wieder hoch! Ich hab deine ganzen Sachen dabei! Dummer Mongo, ey! Ich verreck jetzt hier, weil ich nichts zu essen hab! Ich hab Fleisch! Ich hab Karotten! Ach, die muss ich... Ich hab Bananen! Ich ess Bananen! Theo, mach mir ein Bananenbrot! Was kannst du überhaupt? Mal einfach nur so als beiläufige Frage! Hab ich mir eben schon gedacht! Das hab ich mir gedacht! Das hab ich mir gedacht! Mit dem Krokodil! Ne! Heute spiel ich gar kein Spiel mit dem Krokodil! Kannst mich mal! Ich... Immer, immer muss ich... Ach komm! Wo ist das von mir? Wo ist das von mir? Ich sag's dir vorher noch! Ich sag's dir, frisst du mir ne Bandage! Und der stürzt sich einfach mit so nem... Mit so nem Käsemesser! In den Kampf! Wo er überhaupt gar keine Chance hat! Wo überall Stacheln hängen, ey! Alter! Das kann nicht wahr sein! Weißt du, du klaust mir die ganzen Waffen und dann hast du so nem Käsemesser! Jetzt... Jetzt klau ich dir noch alles! Genau! Ich unterstütz dich tatkräftig! Natürlich! Alter! 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 Was? So, ich komm wieder hoch! Alter! Bist du oben aufm Schiff oder bist du jetzt unten? Ich bin unten! Oh mein Gott! Lässt er mich eiskalt sterben da! Oh! Ich ball dir gleich ein, wenn ich oben bin! Dann kriegst du ne richtige Zuhörter Schelle, mein Freund! Komm her! Ich braue mich schon drauf! Oh ja! Das wird klatschen! Oder? Ah genau! Ich behalte die Sachen einfach! Oh! Das wäre so richtig schwer wieder! Ah! Ja! Du wärst quasi aufgeflogen! Du wärst echt aufgeflogen! Du könntest nichts machen! Das wär super! Ja! Ja! Da hockt er in seiner Badehose! Hey! Wie bist du denn gekommen? Ich bin gelaufen! Oh! Ich seh grad, du hast ein paar Freunde mitgebracht! Kann ich mal meine Sachen wieder haben? Natürlich kann ich hier nicht hoch! Oh! Ist das denn ernst? Ja! Bau noch schön zu! So! Moment! Ich verteile jetzt die Gabe! Ein bisschen Kohle! Ich teile jetzt alles genau zur Hälfte, damit du dich nicht beschwerst! Obwohl ich alles... Ach komm! Hör mir auf, ey! Obwohl ich alles geholt hab! Obwohl ich einen großen Teil geholt habe! Äh! Ich kann dir auch gleich alles wieder zurückgeben! Wenn du meine Antisagen hab! Dann könnte ich's ja direkt so behalten! Hey! Du hast eine Sense und benutzt die nicht! Ja! Ich bin ja tot! Human Flag! Deine Sapling! Ich bin ja tot! Weißt du? Ja! So! Fehlt dir noch irgendwas? Ah ja! Meine Brille? Deine Brille hab ich nicht! Meine Brille hast du nicht! Die hab ich nicht! Die ist weg! Es verschwinden Sachen immer noch! Ich hab ja gar nichts mehr! Ich hab gar nichts mehr! Ich hab gar nichts mehr! Okay! Okay! Ich lass es sein! Nee! Die Brille hab ich echt nicht mehr! Jetzt spiel dich mal wieder ernsthaft! Ja! Das wäre echt schön! So! Ja und nun? Ich kraft mir was! Was du machst ist mir grad egal! Was kraftest du dir denn? Das geht dich im Feuchten an! Ich brauch Eisen! Okay! Aha! Ah! Eisen sollte eigentlich gar kein Problem sein! Ah ja! Oh nein! Vergiss es einfach! Mach mir jetzt schon meinen eigenen Ofen hin! Weißt du, wenn du mir Copper geben würdest, dann... Hab ich doch! Könnte ich mir auch was machen! Hab ich doch! 19! Wow! Okay! Oh! Ich hab deine Brille oben! Ah! Die war oben in meiner Statusleiste! Verstehe! Hier! Ähm... Achso! Achso du bist beim Smelten! Ich mach mal kurz den eigenen Ofen! Ist mir irgendwie lieber! Äh... Weiss ich hab noch nicht mal ne volle Copper Rüstung und du bist schon... Weil du dich die ganze Zeit verreckst! Ja! Genau! So... Copper... Brauchst du noch Copper? Weil ich brauch's nicht mehr! Ja! Gib! Gib! Das kannst du aber auch... Bitte netter sagen, ja? Alter! Hör auf! Hör auf! Ich krieg den ganzen Dreck in mein Inventar rein! Guck mal! Ich baue es ab und du kriegst das! Was ist denn das für ne Scheiße? Ey! Oh! Sorry! Hier! Guck dir das an, ey! Weißt du, kein Wunder warum du so viel Erze hast! Ja! Du Bob! Nö! Du musst doch nicht Danke sagen! Das brauch ich auch nicht! Du bist so ein fieser Typin! Du bist auch ein fieser Typ! Ein richtiger fieser Typ bist du! Ich hab grad zwei Pad Pads getötet, okay? Hammer! Guck mal wie fies du bist! Ist so! Und jetzt? Was brauch ich jetzt? Iron! So! Brace Plate! Ich brauch Eisen! Eisen hab ich jetzt! Ich kann dir gleich was geben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich geb dir mal... Thron! Ach! Ich bin wieder der Packesel, ne? Und hier für Bandagen! Heul aber nicht rum! So! Packesel! Ich kann dir auch gar nichts geben! Lach nicht so! Du Packesel, ey! Es ist voll ernst! Voll total ernst! Heul! Es ist voll ernst! Es meldt mir lieber was! Man weiß ja wie er immer große Klappe hat mit seinem Wolkenmesser! Hättest du das am Anfang nicht bekommen, wärst du nichts! Ja! Aber ich hab's bekommen! Und du nicht! Ich hab's bekommen, weil du es geklaut hast wieder! Hier oben ist ein Vogel! Das ist ein Fisch! Was macht denn der Fisch auf der... Hm! Ne, ich frag gar nicht erst! Du brauchst gar nicht in meinen Ofen gucken! Ne, tu ich auch nicht! Besseres zu tun! Besseres zu tun! Ich brauch Pixel, man! Ich brauch 1600 Pixel! Pech! Pech! Äh, wann können wir die Fabrik bauen? Ach, die Raffinerie! Ja, genau! Ich glaub das dauert noch ein bisschen! Ah ja, wir müssen erstmal diesen Distress Beak nehmen! Das können wir eigentlich jetzt gleich machen! Ah! Wir müssen ein bisschen verarbeiten, ne? Dein Ernst! Ich schaff das doch niemals! Ja, wer redet denn mit dir? Alter! Ne, Spaß! Spaß beiseite! Ne, wenn du vielleicht irgendwas brauchst! Von wegen Ausrüstung und so! Sack! Das ist die Höhe! Ich brauch nur Pixel, mehr nicht! Sagst du Bescheid! Okay! Brauchst nur Pixel, ist okay! Ja, ich brauch nur Pixel! Vielleicht kann ich mir ne Waffe machen! Mhm! Meinst du lohnt es sich ne Waffe zu machen? Mhm! Weiß ich nicht! Ja! Wenn man sich, wenn man eine findet dann nicht! Ne! Ne, das ist korrekt! Ah! Fleisch! Fleischbraten! Also Bogen vielleicht! Wir haben was ganz schönes! Ja! Ah! Stimmt! Ich brauch Holz von dir! Du hast noch mein ganzes Holz! Ah! Dankeschön! Kein Ding! Ich hab mir jetzt! Ich hab mir jetzt! Jetzt pass auf! Ich hab mir nen Bogen gemacht! Alter! Übertreib! Ich hab mir nen Bogen gemacht! Ich baue mal nen Cooking Table! Ich baue mal nen Cooking Table! Wenn ich ihn finde! Komm her! Habe ich nicht! Habe ich nicht! Brauche ich nicht! Mach aber nicht! Äh! Und Knochenbett kann ich bauen! Wow! Mit Leder und Copper bauen! Alter! Wie viel braucht das denn? Übertreib! Äh! Ich brauche! Ich brauche! Ich brauche! Genau nen Bogen! Hunting Bow! Iron Hunting Bow! So! Wie die wieder runter kommen! Zack! So! So ne neue Waffe craften brauchst du glaub ich nicht! Das lohnt sich auch gar nicht! Mach ich auch gar nicht! Kein Bogen! Bam! Hast du es gesehen! Richtiger Typ! Ich hab auch einen! Aber meiner ist größer! Was hast du denn für'n Teil alter! Hörst du öfter! Ich weiß! Ich hab gerade überlegt ob ich ihn bringen soll! Iron Hunting Bow! Den könnte ich mir auch machen! Machen die doch! Boah hast du noch ein paar Pixel! Ich brauche Pixel! Ich habe noch 500! Ja die kann man nicht übertragen! Warte warte ich brauche Pixel! Ich muss noch nen Monster töten! Kann man die übertragen? Nein! Die geben eh nix! Das ist sinnlos! Aber hier die ne? Sonst geben die glaube ich alle ja! Das sind Pet Pets! 134! Ich brauche 150! Da muss noch einen! Jawoll! 159! Jetzt kann ich mir glaube ich einen Iron Bow machen! Oh! Ja! Und das ist schön! Dass man weiß es gibt keinen Wipe mehr! Ja! Das ist echt viel befreiender! Weil vorher hat man immer so die Panik dass ein Wipe kommt und alles weg ist einfach nur! Genau! Ja! 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 Das stimmt aber echt! So! Jetzt bin ich mal gespannt! Kann ich mir den machen? Kann ich? Ja! Bitte! Bam! Baby! Bam! Ich guck mal eben was der Disco-Speaker braucht! Okay! Was hat man denn? Da! Ich brauche Copper! Hast du Copperbars? Ich habe... Ich guck mal! Ja! Noch 3 Stück! Na! Ich brauche 10! Müssen wir nochmal in die Höhle gehen! Äh! Die Folge müssen wir übrigens beenden! Okay! Jetzt schon! Okay! Gut! Ja! Dann beenden wir die doch oder? Und in der nächsten Folge greifen wir dann das UFO an! Oder das Uwe greift es uns an! Genau! Nächste Folge machen wir das UFO und alles wird wunderbar! Auf Wiedersehen! Ja! Dann sind wir wieder fröhlich alle so! Happy Sode! Tschüss! Also manchmal ist das Spiel mit mir ja doch schon richtig schwer! Also äh! Ich mache es ja immer auch schwer! Habe ich zumindest das Gefühl! Das will ich doch gar nicht! Weißt du? Er klaut dann die ganzen Waffen und beschwert sich dann, dass ich mit so einem Käse-Messer rumrenne! Ja! Das ist unser Taurus! Das ist einfach peinlich! Das ist einfach... Ja! Und mit sowas muss ich mich da rumschlagen! Das ist einfach schlimm! Das ist einfach schlimm! Das ist einfach schlimm! Was ist das denn bitte? Ist ja zu dumm die Zeit zu lesen! Naja! Ah! 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 DésER Szcza D filly PICHY D Untertitelung des ZDF, 2020